nicht mal vom rand er von wenn du auf auf das haus guckst von von deiner seite aus dann komme ich von links so ein bisschen so ganz bescheuert ich komme aus dem blöden winkel ich würde ja gern gehockt ja weiterlaufen aber in diesem scheiß veteranen server da ist ich wohl gesehen ich muss rennen ja dann geh ins haus und lauf einmal durch oder so siehst du den eingang des hauses jetzt nicht mehr jetzt bin ich gerade weil ich glaube das ist nämlich nicht das einzige backsteingebäude was hier existiert ja gut wenn die nahe aneinander liegen dann kann man sich ja noch mal absprechen da bloß nicht dass in die stadt rein rennt und ich hier an den rand komme ich habe die schmier gehört ja wir gehen wir gerade hier ein bisschen derbe auf die eier schön ohne axt gott lang ich bin nicht raus ich werde ich wenig sterben die nicht gestürzt oder renn raus ich komme nicht raus aber warte mal kurz krieg bis zum backsteingebäude ja hast du munition noch schießt auf die mache ich ja aber ich muss nachladen ich blute und warte ich halte dich wie viel energie hast du noch wieviel leben sehr sehr wenig okay in dem den ich meinte bist du nicht scheiße bist du nee da musst du eigentlich ganz abwärts sein okay jetzt raus hier ich renne jetzt einfach raus ich komme gerade raus dann raus dann lauf du blutest noch ne 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 ich hatte noch eine bandage von wo soll ich hin ich bin ich bin jetzt direkt beim gebäude ich bin ich bin ich bin jetzt direkt beim gebäude was du bist am gebäude okay ich renne wieder zurück ich bin auch noch ich bin auch noch ich habe ein bisschen zusammen wie es rausgekrochen ich lauf gerade über das gebäude rum ja ja ich habe nicht gesehen eben naja ein bisschen mehr eventuell was ein bisschen mehr naja wäre nicht schlecht was du hast du schon wieder ein kamerobo hier bist du ich bin hier ja ja ok ok gehen wir gehen das mal hier aus für alles wird zurück da hat er schon wieder in in kamerobo ist blut ist völlig unten ja das schwamm das ist mal abhauen da müssen wir gleich zum krankenhaus und gucken ob wir blutpicks hin ich habe noch welche glaube ich du hast du kannst du dich umdrehen und schießen schaust du das ich darf mich nicht treffen nein oder rennt an dir brennt der rennt zu dir lieber der triggert mich nicht warten lieber dich du das kenn ich schon die zombies triggern und wie immer alle mich das war geil was hast du jetzt gesagt die aufnahme geht noch eine weile ja wäre nicht schlecht also wie lange ist denn eine weile wie lange geht denn beziehungsweise wie lange geht denn das bis die nächste anfangen würde keine ahnung weil ich das jetzt gestückelt habe ich weiß nicht wo ich jetzt bin und wir haben noch einen rest von der letzten deswegen ist das jetzt ein bisschen ich glaube nämlich war immer wenn ich jetzt überlege 20 sie machte mal 20 minuten ja ich würde ich muss dann noch mal deswegen aber ich will das halt wenn eine aufnahme beendet warte mal ich bin auch doch muni 20 minuten 20 60 bei 40 kann ich abholen dann mache ich noch bis 40 dann geht mir jetzt ein blatt der ganzen ok machen wir so ja dann muss ich mir eins geben das war ja genau komm mal kurz in der deckung ja ich habe keine muni mehr alter ich habe mir verschossen gerade mal strich und faden ok jetzt bete dass ich wirklich plattex drin weiter ein blatt pack nachher na das reicht ja okay du musst doch in die kartons reingucken ich packe dir eins in den rucksack ja ja wir sind ja nicht im krankenhaus er gibt mir das so aus dem inventar so jetzt gibt es ein blatt pack okay das ist ein rucksack die kräfte die übrigen und trinke ich schon mal was ich bin ich auch am verdursten und am verhungern ich auch so langsam das geil ist ich kann mal wieder nichts essen weil wenn ich rechtsblick mache verschwindet wieder jetzt oh danke Farbe Fabi Fabi so jetzt lassen wir mal sehen ja ich kann die 1 geben das liegt meine alte leichte wieder in den rucksack ja danke hätte ich jetzt fast mit der linie in den rücken geschossen ja war knapp hier ist kein zimmer ich drehe durch gehen wir zur elektroreihe oder ja gehen wir zu den leichen ne ich versuch mal ich würd gern ne axt in die ich hab ja ne axt aber dann müsste ich die in den rucksack packen die Lee ja dann geh du auf axt ich bleib auf der Lee gut mach mal so soll ich denn doch nochmal das magazin nehmen ja ich zur sicherheit behalten warum sind denn hier in den karten keine zombies weiß ich nicht weiß ich nicht ja warte mal ich will das wie viel Slots nimmt denn so ne so ne so ne dings weg warte mal wie passt die Lee in meinen rucksack mhm kommt drauf an hast du einen großen ne ja wie klein passt der nicht rein ne dann nicht 5 das geht der nicht warte mal ich glaube ich kann ihn reinpacken bei mir ähm ich habe wie viel plätze 16 habe ich frei dann dürfte es passen warte mal da versuche ich sie mal direkt in den rucksack reinzulegen naja versuch's mal warte ja so mit dem magazin ja das magazin nehme ich aber mal falls mal was ist dass ich gleich angreifen kann genau ich nehme mal die axt soo wo bist du Fuzzi äh Kamurova komm du hoch komm du hoch kommst du nach Richtung Elektro wir sterben sich halt eh vorher ich sterbe jetzt ja du stirbst jetzt jetzt schon ja na weil ich lass mich weil das bringt mir nichts wenn ich hier in Kamurova bin achso ich möchte ja mit euch die Aufnahme machen hm genau ja ich habe es heute auch schon probiert und oh wir wurden gesehen aber ok wir haben ja unseren Arzt man der läuft bitte an mir vorbei hast du rein äh naja tschau Junge kommt er doch an ich fass es nicht der drittert immer mich so sehr schön warte was du dringend mal ne empty soda can you super obwohl warte mal die können es nicht zu stellen nehmen wir mal mit man kann äh mit übrigens Zombies erschlagen zumindest ging es früher mal äh ne also heute kannst du sie eigentlich damit wenigstens äh anlocken äh weglocken ok das ist wirklich so 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 du haltest immer ausschauen auch wegen spieler ne ja 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 ich hab hier den Überblick ach so das Haus jetzt am Ende genau ja da drin habe ich noch eine konnte ich mich noch nicht richtig oben sehen ich war da doch mal rein ich bin da mit verschwommenen Augen wieder rausgegangen ja Brille vielmann ja wir konnten da auch nicht mehr viel machen du übrigens das hier ist der das hier ist der Vorort von Elektroli das wird jetzt noch gefährlich ja ja ich weiß halt am Baum äh der Nahkampf ist aber auch teilweise jeder Hammer ich bin schon am ich gehe gleich in Beine bist du hinter mir ja ich bin hinter dir ok vor der mir an den Seiten gilt jetzt nicht oder so m röchte ganz dringend was zu futtern ja ich habe auch bloß trinken am Start ohne cool hab ich werde hier mal weg ist nett man war so gut zwei Leute ja und hier ist eine Pistole die nehme ich mir gleich mal oder wenn du oder wir sagen ich bin ein Elektro bist du bist hier ja seid ihr auch ein Elektro? ja wir sind wir ein Elektro ich bin hinter der Kirche ich gehe ich gehe mal direkt zum Krankenhaus am am besten ja das wäre eine Idee oh Gott hier sind übelst die Zombies scheiße ist da kein Magazin dazu oder ist da ins drin? wenigstens warte mal ich guck mal kurz scheiße die sind ja ich wurde schon wieder ich wurde schon wieder gesehen na gut aber da hast du erstmal Einer ja Makarov Muni finden wir schon ne ja Kirche sehe ich ich hoffe ich überlebe das hier ich höre nämlich schon wieder übelst die Zombies bist du draußen? jo ich komme ok soo Eckhaus und sowas ist eigentlich mit am geilsten auf jeden Fall aber dafür müssen wir erstmal richtig in die Innenstadt ne das ist noch das Industriegebiet hier also ich bin in der Stadt warte mal klick mal nach links komm mal mit oh hinter dir sind Zombie versuch zu rennen aber er kann nicht rennen hilf mir hilf mir renn doch nicht du du bist im Zielmodus du musst einmal rechts klicken mach ich schon ne ich muss jetzt irgendwie gedrückt halten aber gut ins Krankenhaus kommen sie nicht rein ne? war mal die Rede äh ne ich glaube nicht ne ins Krankenhaus kommen sie nicht äh von links Zombie jo wie ich die hätte ne? treff ich dich manchmal ne ne? äh mich hast du noch nicht getroffen alter oh hier ist auch noch ne Axt die nehm ich auch mal mit du kommst klar? ja ich fall da mal um du blöder alter ich schlag durch den durch die ganze Zeit oh mein Gott ok irgendwie hier rinnt noch ein Spieler jetzt weiter ne? jetzt kommt der nächste Zombie angepfiffen hier oh man was sagst ich? komm wir laufen mal kurz wir können ja durch das Haus immer durch ja dann sollten wir es hoffentlich los werden das ist ja der Horror der Nahkampf Hilfe ich komm eigentlich inzwischen mit Nahkampf ganz gut bei klar ich treff sie ja an sich aber das ist irgendwie wird das nicht gewartet das Gefühl ja das ist manchmal ein Buggy ich geh jetzt ins Backsteingebäude vor der Schule ok da sind wir noch lange nicht ok ach ja war ich hier schon? ne da bin ich vor allem vorbeigerannt weil ich dich retten wollte schon wieder trinken und du hast mich sogar gerettet hier kommt was angerannt ähm ja du kannst dich töten ähm ja du kannst dich töten wir können wir? dann lass uns in Ruhe ja ich geh jetzt in die Schule über danke ja hoffen um mich drauf zu gehen ist da jemand? sich da was durch die Schäden durch? gut denn scheiße wir sind sowieso hinter uns ja viel Hammer nein kann man hier durchlaufen? okay man ist die Kirche ja wir sind in der Kirche 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 oder was? nein wir sind in der Kirche nein wir sind in der Kirche ach so warum mache ich jetzt gerade zur Waffe wechseln da sollte ich nicht so hier schon wieder eine Leiche warte mal kurz ja ja warte stell ich mich hier hin jetzt endlich nimmt er dann machst du nicht ach so jetzt der nimmt irgendwie die Axt nicht auf scheiß überhaupt okay nö die mach ich irgendwann wenn ich nicht so offen stehe ich hab die Waffe auf ich geh bloß die Waffe ich geh bloß die Waffe wisst du manchmal kriegst du einen Schlag hier oder blutest du gleich wie ein Schwein und ich hab hier schon tausend grade gefühlte tausend stück eingestellt naja dann blute nicht ich bin bei ach ja mein Essen blinkt schon weil es ist wie lange oder mal sehen wir nicht umfalle weil irgendwie irgendwie verhummern oder so na ich hab mich um was zu essen ich hab ich gar nix hab noch nix gefunden ne ok ok hier ist nix auf mich schießt jetzt keiner nein nicht schießen ich hab keine Munition ok wir gehen dann gleich in die Feuerwache ne ich geh gleich ins Echoes ja na einer von uns oder oder naja wir sollten schon beide reingehen aber nur einer geht in den Turm ja genau dann würd ich sagen machen wir one out du snackst da drinnen dann die Zombies ok also los renn sagst du ja los renn und dann snackst du in der Feuerwache die Zombies ich geh nach oben und check aus macht sich eh besser die bissl zu ächseln wenn sie nicht so rumrennen wenn die da drinnen rumtaugeln im Turm sehe ich jetzt gerade erstmal so niemanden aber uns sehen wahrscheinlich gerade viele wahrscheinlich oder wollen wir erstmal schnell zur Kirche daneben ne ich denke es wäre schlaufer als wir hier eine richtig fette Waffe finden ne ja ich bin von der Leiche die guck ich mir jetzt erstmal an guck mal so weg er hat natürlich nicht ja oh der hat schon ein bisschen mal die Info-Modien hier oder nicht was du die Töne so ja ja jo ich mach ihn auf guck mal ich mach schon wieder so oh Essen du gehst hoch ja ja ich bring dir was zu essen dann mit ja noch hab ich bissl Luft so oh endlich der Scheiße hat mir macht natürlich diese Kacktür aufwärts und geht wieder raus hier liegt sonst 30 Wound AK und 5 Wound M24 ne ich brauch nur Makarov ne ich geh ins Eckhaus ok wieder gesehen glaub ich ne hier sonst ist nix weiter drin na dann komm erstmal runter dann gehen wir zur Kirche rüber die Leiche übernommen schon mal am Objekt weil hier ja noch über die Leiche nur gerade eben wir müssen eh vorne raus da hinten kann man kommen aber so ist meine Leiche liegt auch noch um ich losse ja die Leichen von denen liegen auch noch rum nicht schlecht ja das ist geil oh die haben sogar Bandagen die haben auch einen die haben auch einen zum Beispiel ACM was ist das denn ah das ist ein Rucksack ok ok warte mal ist die Essen drin den hab ich zum Beispiel glaub ich ja den hast du genau ja der ist ein bisschen größer halt ne äh ich renne schon mal in die Kirche ich hab ein paar Zomis am Arsch ja ja so wo bist du gerade hinter dir gut alter da kommt Pinguin rausgerannt ja lass mich doch mal durch so ich hoffe meine Leiche ist noch da ich glaub ich spinne oder? was ist hier? scheiße die Munition brauche ich nicht alter ist bei mir die Kirche immer beleuchtet äh du hast äh lol mein ganzes Zeug ist noch da du kannst dich noch retten komm schnell her was soll ich machen? äh verbinden erstmal erstmal verbinden check Puls äh Bandage so warte ja ganz genau genau so dann haust du die Zombies weg und ich hab mir die Beine gebrochen danach brauchen wir erstmal das Krankenhaus du hast mich zur Seite geschoben haha so fühlt's leid du hast mich zur Seite geschoben dann hab ich mir die Beine gebrochen und ja jetzt bin ich ohnmächtig erstmal Problem ist hat irgendeiner von euch Morphin? ja hab ich gut dann wärs nett wenn du gleich in die Kirche kommst naja ich bin schon auf dem Weg danke dir Gift Painkillers siehste ich bin sogar mal so nett ein Giftier Painkillers ey das ist aber charmant von dir nachdem du mich äh gegen die Wand geschubst hast und mir die Beine gebrochen hast Rico ich komm gerannt in die Kirche ja ich hab jetzt hier in zwei Zombies du musstest nur mal hinter mir dann nein nicht vom Wechsel nein Entschuldigung also nicht wundern ich komm jetzt in die Kirche gerannt ich hab noch viel dabei ja warte ich hab ja noch zwei die will ich nochmal schnell also wir haben den Videobeweis ja dass dass Rico jedem die Beine bricht ja der fällt ein eiskalt in den Rücken Vorsicht ja ich hänge wo doch mal ab hier da fall doch mal um so so ich muss jetzt mal ganz kurz erstmal in meinen Wurz abgucken ich muss das nämlich so ein bisschen umbasteln alles hier ähm trinken wir erstmal mal so da ach so da bist du alles klar Morphine zack ich komm zu dir gebrochen kann man da die Tür bitte kann ich nicht wenn ich ihm jetzt Morphine gebe achso gib Morphine haben wir hier irgendwas ich danke dir dass du äh Ricos Schandt hat wieder ausbügelst aber ich hab die Wurmbunden bandagiert ich hab nicht weggeguckt ja das ist schön mich erst gegen der Wand schubsen danke das Gute ist ich hab mein ganzes Zeug wiedergefunden ey das ist geil ja liegt da mal was für uns da liegen noch drei zwei oder drei Leichen drinnen rum dann sollten wir vielleicht auch da hin nochmal ne also ich brauche da war noch ein bisschen Zeug war da auf jeden Fall ne ich brauche echt Makarov scheiß hier Makarov man da lag auf Makarov hättest du mal was gesagt Alter ich hab die ganze Zeit gesagt dass meine Makarov da ist ja die ganze Zeit Junge ich bin aber ich kann ja noch nicht alles merken wisst du Makarov das ist ein Wort Maschine hat hier iner ähm 19 warte mal m 19 11 Zum Eckhaus. Mach doch hier vorne rum. Ja, lag da. In der Ecke, neben dem Grabstein. Ja, Eckhaus? Ach, da liegt ja Makarov. Wo kommt ein Diff immer her? Wer ist jetzt gespawnt? Du bist so ein Diff, ey. Hier liegt sogar die Makarov dazu. Ja, die hab ich ja. Cool, da lade ich die mal kurz nach. Gar nicht gesehen beim ersten Mal. So, das Eckhaus war das, ne? So gerade rüber jetzt. Da war, glaube ich, nichts los. Da war nichts, glaube ich. Da hast du nicht gesagt, da liegen die Leichen. Nein, im Supermarkt. Ne, die liegen im Supermarkt. Achso. Ja, ich schieße. War einer das von euch? Ich. Alter, das ging vor mir in die Säule rein, der Schuss. Ja, ich hab's gesehen. Der ist nämlich in die Säule reingegangen. Super. Alter. Ja, das ist natürlich... Du weißt, dass ich ne Angst hab und wir nicht unbedingt auf die schießen müssen. Achso, ne, wusste ich nicht. Soll ich mal schießen? Bitte nicht. Okay. So, du fällst um und... Du fällst um. Vielleicht war mein Fetisch ausleben hier. Am You Life krieg ich ja mal Ärger. Äh, wie kriegst du den noch, Rico? Ich dresch da durch den durch, ist ja Wahnsinn. Der hat Makarov-Magazin für mich. Nix. Der wird das gehört haben, wenn sie gedacht haben, ach komm, dem Jungen bring ich mal was vorbeikommen. Oh, jetzt ist der Weg, glaub ich, auch frei. Und der hat bis zu essen fallen gelassen. Hier müssen wir die Zombies lupen. Ja, der Weg ist frei. Ja, Zombies lupen. Ja, der hat mir grad ne Bandage verpasst. Oh, da rechts das Backstängenhaus würde ich auch noch gern mitnehmen. Da war ich grade drinnen, da ist nichts. Achso. Ihr könnt höchstens nochmal in die Schule reingehen. In die Schule und dann könnten wir eigentlich die City verlassen und dann können wir ne Pause machen mit der Wirtschaft. Schaffen wir das noch? Wie spät ist denn das? Achso, schon spät. Ich müsste jetzt ja schon Schluss machen, aber naja, gut, okay, ich mach jetzt noch 10, 20 Minuten mit hier. Ich würd wenigstens noch raus. Nicht weiter rennen, um mich wieder gegen die Wandschubsen, Rico, ja? Ja, ich versuch's. Ich hab'n Zombie gesehen, was? Der da gerade in die Kollerdosen rumfuchtelt. Ja, das wär' ich. Geht doch gleich in den Supermarkt, da ist alles drin, da sind die Leichen. Ja, los, komm. Hey, allerdings war auch nichts drin in der Schule. Boah, wissen, größerer Rucksack. Essen, was ist gut, da hast du mal Machtwort gesagt. Es sind... Mann, ich komm, den Rucksack nicht an, nämlich halt den hier. Oh, Bandages. Jetzt... Ja, und die, die hier rumliegen, die hab' ich alle wegge... Es nicht. Achso, außer der da hinten liegt in der Ecke in der letzten, der nicht. Das bin ich, mit den Turban. Oh, schön. Jemand von euch covered nicht zufällig die Tür gerade mit? Ne, ne? Doch, mach ich. Ach doch. Ich dachte schon, sonst... Ja. Cover... Ich hab' ja alles, ich cover die Türen. Ja. Alter, der liegt übelst fressen rum. Ich nehm' erst mal mit, das können wir hinterher dann aufteilen. Ja, weil ich hab' ja auch gerade dabei. Deswegen musste ich mal... So, jetzt cover' ich nicht mehr die Tür. Alter, ich hab' übelst dasselbe, das Frank & Beans-Zeug. Hab' ich vier Dosen. Hammer. Ja, naja. Ja, hab' ich auch. Das gibt's ja wirklich wahr? Ja, ich weiß. Das Beans-Zeug. Genau wie dieses Heinz-Zeug sogar, Deutsch und Deutsch. Hier liegt noch eine Makarov. Äh, Dings, hier liegt noch eine Makarov. Ja, zumindest die Position brauchen wir. Hört hinter mir, hier, guck' ich hier auf dem Boden. Achso, da, da. Hm. Was ist'n das? Liegt'n hier Grünes? Alter, was liegt'n hier alles so rum? Ich nehm' ich pack' mir das mal. Ey, ich hab' das Tatschen gefunden, cool. Was? Cool. Eat food. Cool, bis Tatschen. Ja, ich hab' das Tatschen gefunden.